Natürlich hat mein Bruder auch Energie. Das ist eine Maschine. Aber der war halt besonderer, bodenständiger, vielleicht auch ein bisschen schlagfertiger in manchen Situationen. Wenn ich mich noch daran erinnern kann, kam mal, glaube ich, diese Aussprache der 40-Euro-Strafe und mein Bruder hat nur geantwortet, 40 Fieber hast du. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Platzwahl. Ich freue mich, dass zwei Wochen schon wieder um sind. Das bedeutet, es gibt eine neue Folge und ich freue mich vor allem, dass du wieder mit dabei bist. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Tobias Seiler. Ich bin ehemaliger Hochleistungssportler, Berater und Coach. Ich berate und coache heute sowohl Leistungssportler in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsoptimierung, genauso aber Menschen aus der Wirtschaft, die einen für sich wichtigen Veränderungsprozess angestoßen haben und bei dem sie eben Hilfe benötigen. In meinem Podcast werden Menschen ihre Geschichte teilen, die Mut machen, inspirieren und Hilfestellung geben soll. Ich will erfahren, ob sie die Wahl für ihren Platz im Leben schon getroffen haben oder ob sie noch auf der Suche sind. Es werden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu Wort kommen, die, wie ich nach einer Krise, ihre Ansichten und Denkmuster verändern und anpassen mussten, aber auch Menschen, die einen für sich wichtigen Veränderungsprozess angestoßen haben oder die einen besonderen Lebensweg gegangen sind, von dem sie gerne berichten möchten. So oder so möchte ich völlig unterschiedliche Geschichten porträtieren, die geprägt sein sollen von Mut, Selbstreflexion und stetiger Persönlichkeitsentwicklung. Platzwahl wird also inspirierende und spannende Einblicke geben rund um die Themen Selbstoptimierung, persönlichen Wachstum und mentaler Gesundheit für alle, die weiterkommen und ihren Platz im Leben finden wollen. In der heutigen Folge habe ich einen alten Weggefährten zu Gast und zwar Marcel Nscheng. Marcel und ich, wir haben uns vor über 20 Jahren beim 1. FC Köln kennengelernt und haben da zusammen gespielt. Meine Karriere war nicht allzu lange danach beendet. Für Marcel ging es weiter. Er ist aus Köln nach Düsseldorf gewechselt, war kurze Zeit später in der 2. und später in der 1. Bundesliga. Er spielte unter anderem für den FC Augsburg, für Borussia Mönchengladbach, für Hertha BSC und auch den HSV. Seine aktive Karriere hat er auf Mallorca beendet und kam danach zurück nach Deutschland. Heute lebt er am Niederrhein mit seiner Frau Martina und seinen zwei Jungs und ist A-Jugendtrainer beim Bonner SC. Und auch wenn Marcel nicht mehr das Duracell-Häschen ist, wie er sich selber bezeichnet und sicherlich ruhiger geworden ist, er brennt nach wie vor für den Fußball und das merkt man in jedem Satz, den er spricht. Und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass er sich vorstellt und natürlich als klaren Plan gefasst hat, dass er in Vollzeit wieder auf den Fußballplatz möchte. Aktuell arbeitet er aber zusätzlich zu seinem Trainerjob beim Bonner SC noch in einem Online-Marketing-Büro. Wie er seinen Bürojob und seinen Trainerjob unter einen Hut bekommt und auch noch seine Vaterrolle ausfüllt, darüber haben wir intensiv gesprochen. Es ging natürlich auch immer wieder um seinen Werdegang und um seine unterschiedlichen Stationen im Profifußball, genauso um Drucksituationen und wie er damit umgegangen ist. Wir haben uns ebenfalls über den Fußball heute im Vergleich zu früher unterhalten und natürlich über seine Vorbereitung auf seine Karriere nach der Karriere. Wenn dich das alles interessiert, dann wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du mir eine Bewertung da lässt, wenn du die Glocke aktivierst, denn dann wirst du informiert, wenn die neue Folge draußen ist. Außerdem will ich auf eine Verlosung hinweisen, die Marcel und ich über Instagram machen werden. Worum es geht, wie du teilnehmen kannst und vor allem, was es zu gewinnen gibt, dazu findest du alles in den Shownotes und auf Instagram. Entweder auf meiner Seite oder auf Marcells Seite. So, und jetzt viel Spaß in der aktuellen Folge. Ja, ich bin sehr froh, dass das geklappt hat mit meinem heutigen Gast. Zu Gast ist heute ein alter Weggefährte Marcel Nzeng Biwa. Vielen Dank, schön, dass das geklappt hat. Ja, hallo Tobi. Schön, finde ich auch toll. Wir werden gleich richtig rein starten, aber bevor wir das machen, habe ich eine klitzekleine Überraschung für dich. Das ist aber nicht zu dramatisch. Es geht um zehn schnelle Fragen. Zehn schnelle Fragen, nicht, weil ich sie unbedingt sehr schnell fragen werde, sondern weil es einfach sehr schnelle und kurze Antworten gibt. Ich werde auf keine Antwort reagieren. Die Fragen werden im besten Fall auch schon so ein bisschen Auskunft über dich geben. Wir starten einfach mal rein und danach starten wir richtig rein. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Cheeseburger oder Salat? Salat. Früh- oder Spätaufsteher? Spät. Eine Woche ohne Telefon oder eine Woche ohne die Kinder? Ohne Telefon. Tanzen oder Stehen und mit dem Fuß wippen? Ganz klar tanzen. Korschenbräuch oder Mallorca? Mallorca. Zlatan, Ibrahimovic oder Thomas Müller? Zlatan. Jus Luukai oder Pep Guardiola? Pep Luukai. Ich werde später nochmal drauf ein. Kopf oder Bauch? Bauch. Büro oder Fußballplatz? Büro oder Fußballplatz? Fußballplatz. Letzte Frage, Bonn oder Berlin? Beides B, beides ehemalige, also eins aktuell als andere ehemalige Hauptstadt, also es ist eigentlich übergreifend. Das eine ist ein bisschen kleiner. Das stimmt. Hintergrund ist natürlich auch so ein bisschen, du bist jetzt Trainer in Bonn, du bist aber aus Bonn. Erzähl mal so ein bisschen, wo deine Geschichte angefangen hat. Ja, wirklich im, also geboren 1982 in Bonn und in den 90er Jahren war das ja die Hauptstadt Deutschlands, die Übergangshauptstadt und ja, da bin ich halt aufgewachsen. Bin da zur Schule gegangen, Grundschule, bei uns in NRW sind es vier Jahre, in Berlin sind es glaube ich sechs Jahre, also war ich zwei Jahre vorher auf dem Weg schon in die weiterführende Schule, hab einen Realschulabschluss gemacht, hab dann in der höheren Handelsschule hab ich mein Fachabitur gemacht, den theoretischen und praktischen Teil und bin in dem gleichen Jahr, wo ich den Abschluss gemacht habe, aus meinem Heimatverein sozusagen, damals war es dann doch der 1. FC Köln, bin ich dann in die große weite Fußballwelt hinausgegangen und das war so ein bisschen der Weg von mir in der Jugend. Ja, erzähl mal so ein bisschen, du bist genau in Bonn geboren, hast da so die ersten Schritte gemacht, aber bist dann irgendwann zum FC gegangen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, aber vielleicht beschreibst du nochmal so ein bisschen deine ersten, ich will nicht sagen deine ersten Gehversuche, aber ich sag mal so aus der Jugend heraus in den Bereich, wie bist du dann letztendlich in den Profisport gekommen? Ja, ich glaube, das muss ich dir jetzt nicht explizit erklären, aber vielleicht für ein paar Zuhörer da draußen, es war früher ein ganz anderer Weg, glaube ich, als heute. Du hast früher über die Fähigkeiten, die du hattest, eigentlich genauso wie heute, konntest du dich weiterempfehlen und der Unterschied zu heute war damals, glaube ich, einfach, dass du den gleichen Werdegang hattest wie jeder andere Junge auch, dass du aus deinem Verein, wo du spielst, von der Institution, damals war es die Kreisauswahl, für gut empfunden wurdest und dann hast du mit den anderen Spielern, die aus der Umgebung kommen, die auch für gut erachtet wurden, zusammengespielt und hast ein kleines Turnier gespielt gegen andere Kreisauswahlen, um das zu erläutern. Wir hatten in Bonn eine, in Köln eine, in Krefeld eine und die sind dann halt zum gemeinschaftlichen Turnier gefahren und haben gegeneinander gespielt und daraus bildete sich dann eine Mittelrheinauswahl bei uns. Niederrhein hat eine, Mittelrhein, also jedes Bundesland. Ja, genau. Hat auch eine Mannschaft dann gebildet aus den besten Spielern aus dem Kreis und da waren früher bei uns dann überwiegend Spieler von Bayern 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln. Und ein, zwei Spieler, die dann aus Bonn vielleicht kamen oder gab es noch Aachen, aber es waren halt nicht so viele dann. Und da wurdest du dann quasi oder war schon auffällig, wenn du nicht aus dem Verein gekommen bist, Bundesliga-Verein, war schon sehr auffällig eigentlich. Und dann bist du von denen dann quasi direkt gescoutet worden, von den größeren Vereinen. Und das war dann so der Werdegang früher. Da gab es nicht Mittelsmänner, sage ich jetzt mal, oder Personen, die vermittelt haben großartig, sondern das haben die Verbände und Kreisverbände dann untereinander ausgescoutet, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, das war aber noch die Zeit, wo du quasi in der Kreislaufwahl, da warst du noch in Bonn und bist dann quasi da. Da war ich bei Fortuna Bonn, genau. Fortuna Bonn, da bist du quasi gescoutet worden. Dann hast du, ab wann hast du für den FC gespielt? Da war ich 14 Jahre alt. Oder 15, 15. Da bin ich, glaube ich, mit Ende 15. Weil bei mir ist ja, ich bin ja im Mai geboren, dann ist ja immer die Saison immer zu Ende und dann fängt ja eigentlich quasi die neue Saison an. Und mit Anfang 16 bin ich dann zum 1. FC Köln gegangen. Genau, da haben wir uns irgendwann kennengelernt, 2002. Da waren wir aber schon im Erwachsenensport, sage ich jetzt mal. Selbst da waren wir schon alt. Da hast du quasi, da haben wir uns getroffen und da sind quasi, da hast du die ersten Schritte im Männerbereich gemacht, quasi genauso wie ich. Erzähl mal, wie es dann so ein bisschen weiterging, weil deine Vita verläuft dann irgendwann anders als meine. Ja, wir haben im Grunde genommen das gemacht, was uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat in einer schönen Gemeinschaft. Wir haben Fußball gespielt und für mich war Fußball im Grunde genommen Freunde und Job oder Leidenschaft in einem. Das war die ganze Zeit so, es hat sich auch nie verändert und ich war immer gerne am Geisbockheim. Also es war wie ein zweites Zuhause für mich und dann bin ich von da aus raus aus dem Wohnzimmer irgendwann, was mir, glaube ich, auch ganz gut getan hat, was man am Anfang nicht so wahrhaben möchte. Aber es hat mir eigentlich ganz gut getan und bin dann von da aus nach Düsseldorf gegangen. Von Düsseldorf aus, das war damals die dritte Liga, Regionalliga hieß die. Und von da aus bin ich dann in die zweite Bundesliga gewechselt. Relativ überraschend, aber ich glaube, in Düsseldorf war eigentlich so meine Zeit sehr positiv. Ich komme von einem eigentlichen Konkurrenten, ein bisschen Derby-Stimmung immer, wenn man gegen den FC, sogar gegen den FC 2 spielt. Und das war für mich erstmal die erste richtige Veränderung in meinem Fußballerleben. Neue Stadt, im Herrenbereich zu sein und dann relativ weit weg von zu Hause. Damals war das ja schon wieder zu weit, anderthalb Stunden zu fahren. Aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ich da erstmal gesehen habe, okay, das geht vielleicht noch in der Entwicklung weiter für mich. Beim FC war ich dann halt immer der, vielleicht, weiß ich nicht, wie die Leute mich da wirklich gesehen haben, aber so der nette, lustige Junge und der vielleicht technikversierte Junge, aber mehr dann am Ende auch nicht. Und in Düsseldorf war es dann erstmal so ein Prüfstein für mich, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erreichen. Das hast du ja dann auch gemacht, du hast dich von da weiterentwickelt, du bist in der 2. Liga und hast da deinen Weg gemacht. Was würdest du sagen, so im Nachhinein war so die spannendste Station auf dem Weg, aber vor allem mal auch die vielleicht herausforderndste? Vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, das ist so genauso wie alles andere eigentlich auch im Leben. Man hat mal eine Phase in der Schule zum Beispiel, die ist easy, die fällt einem leicht. Das macht Spaß, das ist lustig. Bei mir waren es meistens die Phasen zwischen letzten Schultag im Schuljahr und dem ersten. Da war die Schulzeit top. Nein, und dann ist es halt auch wie eine Saison. Du hast halt immer Hochs und mal vielleicht auch schwierige Phasen in der Saison. Und so war es halt auch in der Karriere. Es waren Zeiten, die waren super, die haben super viel Spaß gemacht, die waren total einfach. Die haben geprägt, positiv geprägt. Und dann gab es halt Phasen, die waren halt so, wo ich sage, musste das sein, musste ich das erleben. Und dann, ja natürlich, klar, musste ich das erleben, um für mich als Person zu reifen. Aber die spannendsten Zeiten waren natürlich und die schönsten Zeiten waren natürlich die drei Aufstiege von der zweiten in die erste Liga. Mit Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg und Hertha BSC Berlin. Die schwierigsten Zeiten war dann aber auch gleich eigentlich so mit Borussia Mönchengladbach, mit Hertha BSC Berlin. Weil wir da zweimal auch gegen den Abstieg gespielt haben. Und ja, prägend oder am, ich sag jetzt mal so, am schönsten oder reflektiersten war so die Zeit in Paderborn, wo ich das erste Mal in der zweiten Liga war und das letzte Mal in der zweiten Liga war. Also das waren so, auch wieder zweimal eine Station, wo ich sage, da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Das eine Mal super easy alles, so wie man sich das so vorstellen kann. Geht alles leicht von der Hand, viele Tore geschossen, viele Vorbereitungen gemacht. Ich war Publikumsliebling und als ich dann das zweite Mal da war, am Ende eigentlich meiner aktiven Zeit in Deutschland, in der zweiten Liga gegen den Abstieg gespielt, sogar abgestiegen, drei Trainer gehabt in der Zeit. Ich habe nicht das gleiche Mannschaftsgefühl gehabt, wie sonst vorher immer. Das ist halt auch etwas, was du mitnimmst, was dich dann prägt, aber was als wichtig für mich, glaube ich, war, auf meinem jetzigen Weg als Trainer zu spüren oder die Nuancen zu erkennen. Was passiert eigentlich mit einer Mannschaft, wenn mal was nicht so gut läuft oder viele sagen immer so schön, bevor das Kind in den Brunnen fällt, kannst du noch was verändern. Und diese Momente zu erkennen, das ist, glaube ich, das, was ich da erleben musste. Jetzt sagst du aber auch, dass es gab Zeiten, da ging dir alles von der Hand, da hast du Tore geschossen, da fühlte sich auch alles super leicht an, aber es gab halt auch schwierige Zeiten. Woran hast du das gemerkt, beziehungsweise was glaubst du, warum es dann einfach ist, beziehungsweise warum es dann irgendwann schwer ist, was hast du da so für dich erkannt? Hast du dann auch Blockaden gehabt oder woran hat es dann gelegen, was glaubst du? Ich glaube, es liegt grundsätzlich an dem Modell Fußball. Du hast immer nur gewisse Zeit, um zu gewinnen oder um etwas positiv zu gestalten und dann vielleicht aber auch das, was du dir vorstellst, funktioniert halt einfach nicht. Du hast halt immer sofort ein Ergebnis, ob du jetzt gut trainiert hast oder nicht, am Wochenende kannst du gewinnen. Aber auch verlieren oder unentschieden spielen oder ein Gegner stellt sich super auf deinen Spielstil ein. Und das wird alles anhand von Gewinnen und Verlieren festgemacht. Also diese Stimmung innerhalb der Mannschaft oder auch die persönliche Stimmung wird immer anhand des Ergebnisses festgemacht innerhalb kurzer Zeitabschnitte. Und das war so ein bisschen für mich, wo ich sage, ich glaube, wenn es schwierig war, also wenn wir nicht so viel gewonnen haben, dann war auch meine Stimmung halt nie gut. So ich hatte dann keinen Grund, fröhlich zu sein, in Anführungszeichen. Natürlich hat mir das Training Spaß gemacht, natürlich bin ich in den Wettkampf gegangen, mit dem Ziel zu gewinnen. Aber trotzdem war immer so dieses, immer diese Umgebungsstimmung, die war halt dann immer so negativ behaftet. Weil dann kommt die Presse und fragt und dann wird das irgendwie in eine Richtung gelenkt und passt das nicht zusammen? Oder warum ist das so? Und dann fängst du auf einmal dran, darüber nachzudenken, was eigentlich völlig fehl am Platz ist. Weil du ja eine Sache machst, die du gerne machst und gut kannst, aber abhängig ist auch von externen Faktoren. Und die kannst du nicht beeinflussen. Ja, ich sage mal, also das Gute und das Schlechte ist ja, dass du quasi egal, was du machst, du hast sofort ein Ergebnis. Also ich habe das auch nach der Karriere dann häufig gespürt und manchmal auch vermisst dieses, du tust was und du hast sofort ein Ergebnis. Und das ist ja beim Fußball dann so. Also du trainierst gut, du hast so einen Flow und dann fühlt sich alles plötzlich auch viel leichter an. Du trainierst, kriegst sofort ein Feedback. Also da ist jetzt nicht, dass du wochenlang auf irgendwas rumspielst und dich fragen musst, okay, wie ist es denn gerade? Was hast du, und wenn wir jetzt einen ganz weiten Sprung nach vorne machen, was hast du aus deiner Karriere in die Karriere danach übernommen? Oder beziehungsweise wo siehst du auch heute, und wir kommen gleich nochmal dazu, was du heute machst, die größte Herausforderung? Ich glaube halt einfach, dass dieses, etwas zu tun, was du gerne machst, dass du das nie irgendwie aufgibst. So, ich sage mal, der Vergleich ist, ein Künstler zum Beispiel, der malt Bilder, der malt auch Bilder, wenn er 80, 90 ist. So, der würde auch noch Bilder malen, wenn er 100 ist. Aber wir haben halt im Bereich des Sports, egal welcher Sportart das ist, hast du nur einen gewissen Zeitraum, wo du deinen Körper komplett ausbelasten kannst. Und dein Kopf ist immer langsamer als die Realität, finde ich so. Weil das, was du gerne machst, das ist natürlich, willst du so lange wie möglich machen, oder malst dir aus, dass das immer so weitergeht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, kannst du dich darauf einstellen? Ja, kannst du. Aber willst du dich auch darauf einstellen? Und ich glaube, da ist so dieser Punkt, wo ich sage, da wollte ich mich nie darauf einstellen. Ich habe mit 35 gesagt, ich fühle mich topfit, ich mache noch weiter. Aber irgendwann kam der Punkt ja trotzdem. Ja, mit 37 kam der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und ich wollte, mein Kopf wollte unbedingt, aber mein Körper hat gesagt, irgendwann ist auch jetzt mal gut, Junge. Wie gut vorbereitet warst du auf die Karriere nach der Karriere? So semi-gut, aber in meinem Kopf top vorbereitet. Was heißt? Ideen noch und nöcher, aber umgesetzt davon wenig. Das heißt, welche Ideen hast du umgesetzt? Und stehst du da heute, wo du dachtest, dass du hinkommst in der Karriere, nach der Karriere? Ich stehe nicht da, wo ich hinwollte, also jetzt aktuell nicht da, wo ich hinwollte. Es gab einen Vorbereitungskurs auf den Trainerschein und da wurde auch explizit gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Da habe ich gesagt, ich sehe mich im bezahlten Fußball an der Seitenlinie. Ob jetzt als Co-Trainer, ob als Schiedsrichterassistent, ob als vierter Offizieller, habe ich nicht gesagt, aber man ging ja schon in die Richtung Trainer. Ob es jetzt Analyst ist oder sonst irgendwas, habe ich gesagt, nur ich sehe mich im bezahlten Fußball. Da bin ich jetzt noch nicht, aber ich bin auf dem Weg dahin. Deswegen, also ich habe direkt nach der Karriere, habe ich mir auch überlegt, okay, was passt zu mir, was kann ich machen? Ich habe Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Fortbildung zur Neuroathletik gemacht. Ich habe meinen ersten Trainerschein gemacht. Ich habe eine Mannschaft trainiert. Also alles, was eigentlich schon in die Richtung geht, um beim Fußball zu bleiben. Das heißt, für dich war auch immer klar, du bleibst im Fußball? Ja, in welcher Funktion? Egal. Auch das Beraten von Spielern war für mich keine abwegige Karriere, die ich nach dem Fußball hätte machen können. Das hast du ja eine Zeit lang gemacht. Wie war dein Erfahrungswert? Ich muss sagen, ich habe reingeschnurbert, ich habe Kontakte ja noch gehabt in den Fußball. Es war eigentlich genau das, was vorher immer ergebnisorientiert war, war da erstmal komplett ohne dieses, also es gab halt wenig Ergebnisse. Beziehungsweise es gab keine Anhaltspunkte zu Ergebnissen und das war halt in erster Linie unzufriedenstellen, ja. Warum die Ergebnisse ausgeblieben sind, gab es auch einige Gründe, aber die waren jetzt nicht so direkt zu erläutern. Also es war jetzt nicht so, naja stimmt, da habe ich den Pass falsch gespielt, also da habe ich den Satz nicht richtig gebildet, deswegen ist der Spieler jetzt nicht zu mir gekommen oder geht den Weg mit mir. Das kannst du nicht anhand von irgendwelchen Daten direkt festmachen. Dann war das halt so für mich total unzufriedenstellend, war alles ins Blaue hinein und deswegen war es nicht direkt mein Ziel dann auch. Weil ich hatte die Vorstellung schon so mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, das Ziel, sie irgendwie in irgendeiner Form weiterentwickeln zu können, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber nicht in der, ich glaube nicht in der Schnelligkeit, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es umsetzbar gewesen. Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen, also gerade so in dem Bereich ist es halt eben ganz häufig so, dass du im bestimmten Bereich eben halt auch so ein Spielball der Zufälligkeiten bist, würde ich mal sagen. Es sind halt so viele Stakeholder daran beteiligt, dass es manchmal einfach schwierig ist, seinen eigenen Wirkungskreis irgendwie zu definieren und in dem zu bleiben. Das ist manchmal, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer und trotzdem hat es dir ja was gebracht, weil du einmal deine Kontakte auch einbringen konntest und irgendwie ja auch wieder eine Lernkurve genommen hast. Ich will nochmal ganz kurz auf die Karriere nach der Karriere, beziehungsweise was hättest du dir so rückblickend vielleicht mehr gewünscht, dich darauf vorzubereiten? Weil du gesagt hast, eigentlich hattest du das Gefühl, du warst vorbereitet, aber trotzdem ja dann irgendwie auch nicht so richtig. Ja, also in Bezug auf die Arbeit mit jungen Spielern zum Beispiel. Ich war immer so ein Typ, der auch viele Dinge mitgenommen hat in seiner aktiven Zeit, auch als ich junger Spieler war und hatte immer das Gefühl so, okay, natürlich geht es darum, dass jeder, der die Position hat, auch spielen möchte, egal wie alt er ist. Nur die Unterstützung für Jüngere blieb halt so ein bisschen aus innerhalb der Mannschaft. Da war immer so, guck zu, finde selber raus, was du ändern musst, damit du spielst. Da war keiner, der gesagt hat, pass mal auf, geh den Weg oder mach dies oder ich sehe, du kannst das und lass uns mal ein bisschen länger bleiben und zusammen trainieren und solche Sachen machen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt und das hätte ich gerne weitergegeben. Und ich habe jedes Mal in den Mannschaften, wo ich dann auch der ältere Spieler war, 28, 29, habe ich mir dann auch immer so dieses frische Gemüse unter meine Fittiche genommen. Nicht alle, aber immer so ein, zwei, vielleicht drei, die auch dann sich geöffnet haben, die das Gefühl hatten, okay, der möchte nichts Böses, der hilft uns. Zum Beispiel habe ich dann mit ein, zwei Spielern auch mal auf der Bank zusammengesessen und das ist immer so dieses Typische, dass man in erster Linie versucht, das Spiel nicht mal zu schauen. Man ist erstmal traurig, dass man nicht spielt oder vielleicht sogar wütend, weil man hat ja die Woche überragend trainiert. So sehen das, dass fast jeder Spieler sagt, ich muss eigentlich spielen, was soll denn das? So, dann kommen auch oft so diese Mitspieler, die sagen, boah, ich verstehe gar nicht, warum du nicht am Wochenende spielst. Du hast überragend trainiert und das schafft so ein falsches Bild, finde ich so, für den Spieler, der gerade auf der Bank sitzt. Weil die Aufgabe für einen Spieler, der auf der Bank sitzt, ist, die Jungs zu unterstützen, die gerade spielen, weil es ist brutal schwer, gegen Gegner zu spielen, der auf Augenhöhe ist, sogar besser ist oder besser besetzt ist. Und dann hast du vielleicht auch noch Spieler, die selber spielen wollen und dir das nicht gönnen, dass du gerade spielst. Und das ist so eine falsche Herangehensweise, finde ich. Und das tut dem Spieler nicht gut, der auf der Bank sitzt, aber am Ende auch dem Spieler nicht gut, der spielt. Und dem ganzen Gefüge tut das nicht gut. Und bei aller Enttäuschung an dem Moment oder in dem Moment und an dem Spieltag, empfinde ich halt trotzdem, dass die Jungs sich halt gegenseitig immer wieder, man sagt so schön, pushen sollen, mit positiven Affirmationen arbeiten sollten. Und dem das gute Gefühl geben, dass der heute auch die Punkte, das Spiel gewinnen kann, die Punkte holen kann, das Spiel gewinnen kann. Und habe dann angefangen, mit den Jungs dann darüber zu sprechen, was ist denn jetzt auf deiner Position, hast du dir mal deinen Gegenspieler angeguckt? Weil wenn der Trainer gleich sagt, geh dich wahr machen, komm rein, bist du überrascht? So, oh, ja, okay, cool, jetzt bin ich gleich da. Aber es reicht manchmal nicht. Es wäre vielleicht gut, das Spiel genau so zu verfolgen, als würde man gerade selber spielen. Da habe ich mit, kann ich ja sagen, mit Jay Brooks oder damals mit Ibrahima Traoré ganz, ganz viel gesprochen. Und ob denen das jetzt zwingend geholfen hat, weiß ich nicht, aber ich habe vielleicht den Blickwinkel verändert oder den Blick auf die Dinge verändert. Vielleicht auch positiv verändert, sodass sie es einfacher hatten, wenn sie dann wirklich selber von Anfang an gespielt haben oder reingekommen sind. Weil sie dann wussten, was sie zu tun haben. Und das war so ein bisschen, ja, so meine ersten Überlegungen. Ey, das macht Spaß, so nicht zu gucken, wie stehe ich überhaupt da jetzt gerade? So mag der Trainer mich jetzt nicht oder spiele ich deswegen nicht? Sondern einfach, die Situation ist so, ich kann sie jetzt nicht verändern. Was ich aber verändern kann, ist vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen auf den Ausgang des Spiels, auf die Motivation der Spieler, die gerade spielen. Und das ist so, du kennst das ja selber, du bist ja auch manchmal in die Kabine rein und hast gedacht, es steht 0-0 gegen so eine Truppe oder die führen jetzt 1-0. Jungs, wir wollen das Spiel gewinnen, wir wollen das machen. Und dann bist du im Spielfeld selber, siehst du das ganz anders, als wenn jemand das von außen sieht. Und dann kann ich hingehen und sagen, ey Tobi, der geht immer wieder, macht der das gleiche oder geht immer auf rechts und sucht immer den Einspiel. Kannst du, wenn du dich schon darauf einstellst, lenkt den noch auf die andere Seite, weil dann weißt du ja nicht, was er machen soll. Und dann kommst du vielleicht ins Spiel rein, nur weil du dein Stellungsspiel ein bisschen veränderst, weil dir das jemand mitgeteilt hat, der nicht dein Trainer ist, weißt du. Wo du dann denkst, krass, der beschäftigt sich gerade mit meinem Spiel, aber der sagt nicht, ey Tobi, dein Spieler ist halt gut oder keine Ahnung was, sondern der hilft dir gerade dabei, das Spiel zu verändern, so ins Positive. Und das war so ein bisschen mein Ding, was ich dann so für mich entdeckt habe. Und dann war klar, dass du auch in den Trainerbereich gehen willst? Noch nicht 100 Prozent, weil ich hatte das Angebot, aber da habe ich gesagt, ich bin noch fit, warum soll ich jetzt mich zurückstufen, also eine Stufe runtergehen oder zurückstecken, wenn ich noch körperlich topfit bin. Das war ja schon so ein bisschen die Zeit, wo du dann Spieler so ein bisschen angeleitet hast. Was würdest du denn sagen, wer für dich ein wichtiges Vorbild war, wer vielleicht auch für dich so ein bisschen dein Förderer war? Also ganz klar, mein Förderer war Jos Luukai, der hat, ich glaube im ersten Jahr als Cheftrainer in der zweiten Liga, hat er mich nach der Vorbereitung wohlgemerkt, hat er mich direkt eingesetzt. Und dann haben wir gespielt in Unterhaching, haben verloren und da habe ich gedacht, vielleicht keine gute Entscheidung. Vielleicht denkt ihr jetzt, der ist noch zu jung, der kann das noch nicht. Wo war das? In Paderborn damals. Und da habe ich erst mal so dieses Vertrauen auch gespürt. Das war das erste Mal für mich zweite Liga und der Trainer hat gesehen, okay, der macht seine Sache gut, der hört auf das, was wir sagen und der setzt die Sachen um, dann spielt er. Auch wenn ich kein Tor schieße oder wenn ich jetzt, aber das ist halt, ich denke als Trainer, taktische Vorgaben setzt der Junge um. So und das ist wichtig für einen Trainer. Ob du da jetzt gewinnst oder verlierst, ist erstmal, nein, erstmal das machen, was das gesamte Bild angeht. Und dann kannst du deine Qualität drüber hinaus mit einbringen. Und das versuche ich auch den Jungs so ein bisschen zu vermitteln halt. Es geht nicht darum, dass ihr keinen Fehler macht oder alles richtig macht. Darum geht es gar nicht. Es geht erstmal, wir haben eine Idee, wie wir spielen wollen und wenn ihr die versucht umzusetzen, dann mit der Zeit wird das auch erfolgreich. Aber wenn immer jeder das nur macht, was er gerade denkt, dann brauche ich nicht hier stehen. Dann könnt ihr euch mit Freunden treffen und kicken. Aber der Jus Lurukai hat ja quasi nicht nur den ersten Einsatz gegönnt, sondern er war ja quasi extrem wichtig für deine Karriere. Ja, genau. Also ich muss sagen, die ersten zwei Stationen, das war Paderborn und danach Gladbach, war für mich einfach so, das ist der Trainer, der braucht nicht viel sagen. Ich weiß ganz genau, worauf es ankommt in dem Spiel, was er will. Aber was hat ihn so besonders gemacht und unterschieden von anderen? Ich weiß nicht, was ihn da so besonders gemacht hat, aber er war mit den Spielern, auch die, die nicht gespielt haben. Die haben alle immer irgendwie hinterher gesagt, der war fair. Der war fair. Der hat nicht aufgrund meiner, meines Typ Mensch entschieden, dass ich nicht spiele. Oder der hat nicht aufgrund meines Typ Mensch entschieden, dass ich spiele. Der war sportlich fair. Der hat halt gesagt, du bist gerade Nummer zwei, du bist hinten dran, aber du kommst noch irgendwann. Du kommst doch irgendwann dahin, dass du bei mir spielst und vertraue dir selber, vertraue dem Mechanismen. Und das beste Beispiel in dem Sinne war mein Jahr in Gladbach, wo wir aufgestiegen sind. Und ich glaube, hat Alexander Baumjohann eine Handvoll Spiele gemacht. Junger Spieler, ne? Wohlgemerkt. Wirklich junger Spieler. Und im Erstliga-Jahr hat er fast alles gespielt. Auch unter Jos. Er war ja für dich, also der war ja, ich glaube, in vier Vereinen hast du unter ihm gespielt, ne? Wann es vier? Paderborn, Gladbach? Ja, vier. Muss ich noch nachzudenken. Augsburg und Hertha. Wie kam das immer zustande? Weil wenn er gegangen ist, bist du quasi kurze Zeit später hinterher. Ja, wart ihr dann immer im ständigen Kontakt, oder wie war das? Ja, das ist echt komisch. Nein, gar nicht. Aber rückblickend ist es halt so, das erste Mal aufeinandertreffen in Paderborn. In der Hinrunde habe ich neun Tore geschossen. Und ich weiß nicht, er konnte ja sagen so, hey, ich habe den Spieler rausgebracht. Denn im Zweiten wurde ich bester Spieler der zweiten Liga. Bin aufgestiegen mit ihm. Also, und ich glaube, beim dritten und beim vierten Mal war es einfach so, hey, ich brauche einen, der genau weiß, woran sich auch die anderen orientieren können, was wir machen. Also ein Sprachrohr, ohne zu sprechen, sozusagen. Und das war dann, glaube ich, für Augsburg und Berlin wichtig, dass ich da war. Aber wir hatten nicht den Kontakt, sodass er gesagt hat, warte Marcel, ich nehme dich dahin mit. Okay. Ich war in Bielefeld, ich war in Bielefeld, kann ich ja sagen, ich war in Bielefeld, hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag. Meine erste Saison war für mich, okay, erste Mal Erste Liga. Ich habe ein paar Spiele gemacht, habe Tore geschossen, habe Vorlagen gegeben und dachte, okay, ich werde hier nächstes Jahr sicher spielen. Und dann kam die Vorbereitung. Ich hatte ein Gespräch mit einem Trainer und der hat gesagt, ja, du gefällst mir richtig gut, du bist jetzt von Position 24 auf 14. Und dann habe ich den angekommen, habe ich gesagt, aber das ist immer noch nicht die Startelf. Dann hat er gesagt, ja, ja, das kann ich dir auch nicht versprechen. Dann habe ich gesagt, super, okay, gut. Also ich wusste, ich hatte einen schweren Stand. Aber ich habe halt trotzdem weitergemacht. Das war ja nicht so, dass ich gesagt habe, okay, dann höre ich auf. Und dann kam ein Angebot und das kam dann aus Gladbach. In deiner Karriere, was waren es für Trainer, wo du am besten funktioniert hast? Also es gibt Jungs, die reagieren auf, die brauchen wirklich Druck und die brauchen halt auch so ein bisschen dieses gepusht werden. Es gibt Jungs oder Spieler und Spielerinnen, die brauchen quasi, die brauchen dieses Vertrauen. Die müssen immer das Gefühl haben, dass der Trainer immer hinter einem steht. Wie hast du getickt? Ich war ein Freigeist. Also wenn du mich in Ruhe gelassen hast, wenn du mir das, wenn du mir auch mal erlaubt hast, fünf Minuten gar nicht am Ball zu sein oder nicht aufzutauchen im Spiel. Ohne jetzt zu sagen, dass ich da und da und da sein muss, dann, das war für mich das Beste so. Weil dann habe ich ja klar das Vertrauen gespürt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchte ich aber auch so, ja, die Ruhe. Also ich musste den Gegner lesen kurz und dann konnte ich wieder agieren. Also Druck habe ich eigentlich gar nicht, also von außen gemocht so. Anpeitschen, ja, aber nicht aufzeigende Fehler oder so. Wie bist du grundsätzlich mit Druck umgegangen? Also du kriegst die Diskussion auch gerade mit jetzt. Jungs gab es wieder Reportagen, Aussagen unter anderem von Robin Gosens, von Timo Baumgartel. Unter was für einem Druck die Spieler teilweise stehen. Die müssen sich übergeben oder haben sonstige, auch körperliche brutale Symptome, die quasi zurückzuführen sind, eben auf Drucksituationen. Wie war das einmal bei dir damals? Und vor allen Dingen weißt du von anderen Spielern halt auch, wie die mit diesem mentalen Druck umgegangen sind? Ja, das Thema ist ja riesengroß. Ich möchte es jetzt aber auch nicht irgendwie zu weit ausholen. Ja, also ich habe auch Mitspieler gehabt, denen ging es überhaupt gar nicht gut, wenn die gewusst haben, dass sie spielen. Bei mir war es halt so, ich habe mich auf jedes Spiel gefreut. Ich wollte jedes Spiel spielen, egal ob ich Schmerzen hatte, keine Schmerzen hatte. Ob die Situation schwer war, ob wir gegen Bayern gespielt haben oder ob wir gegen die Buxte Rude gespielt haben, war mir egal. Ich wollte einfach nur spielen. Und Druck habe ich eigentlich immer nur dann verspürt, wenn der so künstlich auferlegt war. Oder wenn ich ihn mir künstlich auferlegt habe. Das heißt? Das heißt, wenn man in der Situation ist und zum Siegen verdammt ist sozusagen. Also du hast jetzt fünf Spiele hintereinander gewonnen, hast eine Siegesserie und du wirst auf jeden Fall gewinnen. Weil du spielst jetzt gegen Tabellenletzten oder so. Und das ist für mich so künstlich auferlegter Druck. Die Erwartungshaltung ist da und du musst gewinnen. Was ich gar nicht mag so eigentlich. Weil wenn du einen scheiß Tag hast, dann hast du einen scheiß Tag. So, dann darfst du auch mal verlieren. Dann bricht nicht die Welt zusammen. Aber es wurde dann, und das fand ich halt am schwierigsten so, das wurde dann immer so fünf Tage, sechs Tage lang darüber geredet, wie grottenschlecht man ist. Obwohl man halt ein Spiel verloren hat. Mehr nicht. Und hättest du das gleiche Spiel gespielt, nicht gegen Tabellenletzten, sondern gegen einen Champions-League-Sieger oder so, dann hätte keiner gesagt, dass du schlecht bist. Ja, knapp war knapp. Schade. Ja klar, aber du hast ja beides kennengelernt. Du bist in der zweiten Liga aufgestiegen, hast natürlich eine Menge Erfolg gehabt, hast aber auch gegen den Abstieg gespielt. Also von daher, du kennst ja quasi beide Seiten. Und natürlich wissen wir ja auch, dass, wenn wir es so definieren, ist dann natürlich alles so ein bisschen hausgemacht. Aber Fußballvereine sind und waren auch damals natürlich schon Wirtschaftsunternehmen. Und deshalb natürlich, je häufiger du verloren hast, desto großer wurde der Druck. Das war ja klar für jeden. Die Frage ist... Natürlich, desto mehr Geld du investierst in der Mannschaft, desto häufiger musst du die gewinnen. Desto mehr Nationalspiele in der Mannschaft hast, desto häufiger musst du die gewinnen. So, und desto weniger Budget du hast, desto weniger populäre Spieler du hast, desto mehr verändern dich die Leute, dass du halt ein Arbeiterverein bist. Aber ich glaube, alle Spieler, die müssen sachlich... Ist ja auch so, ne? Also du machst ja nicht einen Haufen Arbeit, analysierst die Spiele, machst eine taktische Ausrichtung, du machst einen Matchplan, um aufs Spielfeld zu gehen und Wirrwarr zu spielen. So, auf gut Glück gewinnen wir das Spiel, weil wir vielleicht dieses Quäntchen mehr Qualität haben als der Gegner. So, das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, du musst ja sachlich analysieren, woran lag es denn, dass der Gegner vielleicht einen Tacken besser war? Oder woran lag es denn am Ende, dass wir vielleicht die Dinge nicht so umgesetzt bekommen haben, wie wir sie eigentlich einstudiert haben? Darum geht es halt. Und es geht ja nicht darum zu sagen, du bist gut, wenn du gewinnst, du bist schlecht, wenn du verlierst. Weil das ist, glaube ich, das, was den Leuten Kopfschmerzen bereitet und Bauchschmerzen bereitet. Lass uns bitte nochmal auf die Thematik Veränderung zurückkommen, beziehungsweise auf den Punkt Deine Karriere nach der Karriere. Wie hast dich darauf vorbereitet? Und wie hast du die Wochen nach der Beendigung der aktiven Karriere empfunden? Wie groß war der Einschnitt? Wie groß? Im Grunde genommen war es ja immer noch so der gleiche Trott. Ich bin ins Stadion gefahren, habe Mitspieler besucht, habe trainiert für mich ein bisschen, habe dann eine Mannschaft quasi trainiert auch mit Spielern. so und das war für mich eigentlich im Rhythmus eigentlich immer noch das Gleiche. Nur, dass ich jetzt nicht mehr Spieler war, sondern Trainer. Und das, ich glaube, das kam erst, kam erst ein bisschen später, so, dass ich gesagt habe, so, okay, aber es ist gerade keine, also es ist gerade kein Weg, wo ich, wo ich so, so mich selber setteln kann. Also es war irgendwann so eine innere Unruhe. Wann kam die? Die kam kurz, kurz vor 2020, vor dem März 2020, also so 19, 20 kam die so. Okay, aber da hast du die, genau, das war nach der Karriere, meinst du? Das war nach der Karriere, ja, ja, genau. So war ich ja, ja, dann werde ich als Trainer und mache das dann in der Station hier und habe mir das so ausgemalt, dann gehe ich da und da hin. Aber dann war es halt erst mal nicht so, wie ich mir das so gewünscht habe, wie ich das vorgestellt habe. Und dann war es so ein bisschen, okay, wo kriege ich jetzt diesen Anschluss? Also wo ist jetzt mein nächster Schritt? Wo kann ich jetzt das machen, was ich weitermachen will? Also eine Bewerbung schreiben, wäre jetzt, glaube ich, okay, aber kommt halt nicht an. So, ich weiß nicht, ich habe... Aber hast du Bewerbungen geschrieben? Acht, neun Vereinen habe ich Bewerbungen zugeschickt. Also mit denen Kontakt aufgenommen und dann habe ich gesagt, hier, ich schicke euch was zu. Ja, hier, schicke mal zu. Ich glaube, die sind irgendwo in den Archiven. Kam kein Feedback. Vielleicht finde ich das auch lustig, dass da eine Bewerbung reingeschneit ist. Da kennt man so nicht. Geil, haben wir eine Bewerbung hier. Das heißt, da kam nichts zurück. Ja, ein. Sag mal ganz kurz, was du heute noch machst. Ich trainiere, ja, bin Trainer beim Bonner SC. Bin aber auch tagsüber im Büro. Und das ist etwas, ich habe immer gedacht, ah, Büro ist ja egal, mache ich kein Problem. Aber ich habe halt so auch gemerkt, ist das nicht ganz so meins. Ich bin so in der Schnittstelle zu einem Vertrieb, also im Online-Vertrieb sozusagen, und wir haben für eine Firma jetzt mit zwei Leuten und die Firma gehört einen Freund von mir, haben wir einen Online-Shop aufgebaut beziehungsweise umgebaut. Wir waren in einem Shop-System und haben dann gesagt, ja, das Shop-System hat immer wieder seine Probleme und wir gehen halt in ein anderes Shop-System über. Und alles, was da so mit einhergeht, habe ich dann von da aus auch so ein bisschen gelernt. Also du hast ein ERP-System, was angebunden ist an den Shop, du hast ein Warenwirtschaftssystem. Und also du musst halt gucken, dass alle Systeme ineinander übergehen und der Kunde am Ende einfach nur diese Front sieht, das Frontend sieht und in diesem Frontend seine Produkte auswählt, aber das zu gestalten, welche Prozesse dahinter stecken, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. All sowas habe ich jetzt da über die fast zweieinhalb Jahre jetzt auch mitgenommen. Ich habe dich ja eben in den schnellen Fragen gefragt, Büro oder Fußballplatz. Du hast gesagt Fußballplatz. Klar, immer noch. Das heißt, dein Ziel wird bleiben, auch voll zurück auf den Fußballplatz zurückzukehren? Ja, also Vollzeit-Trainer wäre natürlich das oberste Ziel jetzt so in der nächsten Zeit für mich, dass ich da irgendwo wieder hinkomme, weil ich merke jedes Mal, wenn ich abends auf dem grünen Kunstrasen stehe, das ist genau da, wo ich hin muss. Also nicht, weil ich das jetzt für mich so als Traumberuf sehe, sondern es ist einfach meine Profession. Ich kann außerhalb von diesem Platz, finde ich mich in der Gesellschaft gut zurecht, aber auf dem Platz ist es wie damals beim FC halt. Egal, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, ich wollte da sein. Also ich wollte keine Zeit woanders verbringen eigentlich. Auch wenn die Zeit außerhalb schön war. Essen gehen, Quatsch labern, ins Kino gehen, auch mal feiern gehen und so. Das gehört dazu, war top, war richtig Spaß gemacht. Aber so diesen Tag zu füllen und war auf dem Platz, habe ich die meisten Ideen. So was ich mit mir, mit meinem Körper machen konnte damals und jetzt so die meisten Ideen, was ich halt mit der Mannschaft so entwickeln kann. So wo ich Schritt für Schritt, egal welcher Spieler, auf welcher Position, in welcher Aufgabe steht, so viele kleinteilige Ideen, um sie halt besser zu machen. Ob das dann, vielleicht überfrachte ich auch den einen oder anderen. Vielleicht will der einfach nur hören, nimm den Ball, lauf, schieß aufs Tor. Aber das ist so, wo ich sage, da geht immer noch irgendwo ein Stück mehr und du kannst da noch was machen und da noch dran drehen und den vielleicht noch anders positionieren und den vielleicht von dem Stellungsspiel verbessern, den vom Passspiel, den von der Flanke. Also ständig habe ich da irgendwas im Kopf, wo ich sage, das will ich entwickeln, das will ich mit den Jungs machen. Weil es macht brutal Spaß, am Wochenende zu sehen, ohne jetzt richtig einzugreifen und zu sagen, lauft mehr oder macht dies oder springen oder grätsch oder komm zurück, dass die das alles alleine auf dem Platz regeln können. Auch wenn die keinen, also von denen, die ich jetzt da habe, vielleicht zwei, über drei oder vielleicht vier Jahre von NLZ durchlebt. Der Rest, die kommen alle von woanders. Und das war letztes Jahr, hatte ich auch nur vier oder fünf. Und das war, das macht halt Spaß, es macht halt Freude. Das ist das, wo ich das sehe, was ich über die ganze Zeit mitbekommen habe, in meinem eigenen Profi-Dasein, um die Spieler, die jüngeren Spieler, vielleicht irgendwann dahin zu kriegen, dass sie sagen, oh, Herrenbereich, ja, Oberliga, Regionalliga, wo ich jetzt, also in dem Bereich, wo ich mich gerade befinde. Und vielleicht auch irgendwann hingehen, zu sagen, NLZ-Spieler, oh, vielleicht, ja. Dritte Liga, Zweite Liga, das wäre halt schon, oder das ist mein Ziel. Okay. Würdest du sagen, du ruhst in dir? Sobald ich auf dem Platz bin? Ja. Ja. Aber dein Leben findet ja nicht nur auf dem Platz statt, du hast Familie, das haben wir noch gar nicht gesagt, du bist Fahrer, dann hast zwei Jungs. Die Herausforderungen heute sind ja andere, die Frage ist ja, bist du grundsätzlich, ruhst du in dir und bist du im Reinen mit dir? Oder was erfährst du da manchmal so für Herausforderungen? Also wenn du mich fragst, ja, ich bin nicht so ruhig, innerlich. Wenn du meine Frau fragst, sie sagt so, ja, chill, alles cool, du kommst morgens runter, bist total gechillt und ich verfallst alle in Hektik, du musst mich über alles kümmern. Ja, ich glaube da, sie würde sagen, ja, der ruht total in sich. Aber ich glaube, ich kann erst dann wieder ruhig sein, wenn ich wirklich das ausübe, voll und ganz. Also wenn ich voll und ganz Fußballtrainer sein kann, bin ich auch wieder innerlich komplett gesettelt. Solange das nicht ist, bin ich innerlich unruhig. oder weil ich, was habe ich, ich bin so, es treibt mich irgendwas. Was ist das? Ja, diese Rast, also dieses, diese Ergebnisse. Wir fehlen diese, weißt du noch, was ich meine? Das ist so, ich arbeite an diesem Online-Shop acht Monate, so und das ist eine richtig lange Zeit, ohne Ergebnis. so und dann irgendwann fragt halt mein Freund so, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Online-Shop? Und ich sage, ja, hier noch ein paar Tests, da noch das und die noch da, dann müssen wir doch noch ein bisschen was machen. Er sagt, ja, aber tut mir leid, also irgendwann müsst ihr auch mal online gehen. Ja, ja, und da ist, aber du hast, du bist halt nie fertig. Da kommt immer wieder was dazu, du bist halt nicht fertig. So und das ist so, natürlich, du kannst jetzt auch sagen, ja, aber denkst du, bist du mit jungen Spielern ein bisschen fertig? Nee, natürlich nicht, aber du siehst, was du machst, Woche für Woche. Ob die Mechanismen greifen, ob du die Trainingsübungen gut gewählt hast, ob du die Steuerung gut gewählt hast, wie viel Fittischspieler du über welchen Zeitraum halt hast. Ist die Balance gut zwischen Athletiktraining, normalem Training, Training mit Ball, Training ohne Ball, haben die Jungs Freude, das ist ja auch eine innere Stimmung bei denen, desto länger sind sie dabei, desto eher nehmen sie was mit. Du siehst halt immer wieder ein Ergebnis. Aber beim, ich weiß nicht, beim Onlineshop, da habe ich kein Ergebnis gesehen, bis der da war. Da habe ich gedacht, wow, echt, krass, das funktioniert. Da dauert es halt länger. Und jetzt springen wir nochmal zurück. Wann hast du richtig gestruggelt in deiner Karriere? Als Spieler? Ja, du warst ja Spieler in deiner Karriere. Also richtig gestruggelt habe ich im letzten Jahr meiner Karriere in Deutschland, ja. Das war bevor du nach Mallorca gegangen bist? Ja. Was war da? Da bin ich das erste Mal abgestiegen mit der Mannschaft, war ein alter Spieler, stimmt. Habe es nicht auf die Kette bekommen, warum die Chemie in der Mannschaft nicht gestimmt hat. konnte ich null nachvollziehen, weil der Verein eigentlich dafür steht, dass der über eine mannschaftliche Geschlossenheit Erfolg haben kann nur. Also, da kommen jetzt nicht, keine Ahnung, neun Einzelspieler hin und trainieren dreimal zusammen die Woche, fahren nach Hause und dann spielen sie am Wochenende und schießen alle weg. Also, deswegen habe ich das 0,0 verstanden. Da war so viel Unstimmigkeiten, das hat mich total mitgenommen. Ich war auch am Ende, kann ich dir auch sagen, ich war am Ende, habe ich mit dem Trainer gesprochen und der hat mir dann gesagt, ja, wir gehen ja jetzt runter und ich weiß jetzt nicht, ob du das für dich auch irgendwie siehst und kannst, aber finanziell können wir das nicht machen mit dir. Aber ich wollte auch einfach nur wissen, ob du das überhaupt machen würdest. Ob du was machen würdest? Mit in die dritte Liga zu gehen. Ah, okay. Und ich habe da gesessen und habe da, ich habe keine Antwort gehabt. Also, es war mir egal, ob ich jetzt ich wollte erst mal überhaupt gar nicht drüber reden, ob es finanziell ist oder nicht, sondern ich hatte keine Antwort, ich hatte keine Antwort darauf, ob ich überhaupt jetzt noch spielen wollen würde. So, das war für mich schwer, ganz schwer, ganz schwer. Und da habe ich richtig gestruggelt, da habe ich gedacht, nein, das kann doch nicht, das kann nicht das Ende für mich sein im Fußball. also so leicht mir viele Dinge von der Hand gingen, so positiv viele Dinge waren, wo auch immer wieder natürlich Phasen, mal Verletzungen, mal nicht gespielt, Diskussionen gehabt mit dem Staff, alles gehört dazu. Aber das war für mich echt brutal. Und dann, was hast du gemacht? Ich habe erst mal Zeit gebraucht, um überhaupt mich zu sortieren. Und dann kam das Angebot aus Mallorca und dann habe ich gesagt, okay dann, ich mache das. Weil das Jahr war so eklig, wirklich mental schwer, menschlich schwer. Ich bin dann nach Mallorca geflogen, habe mir das angehört und dann saßen wir am Meer und da habe ich gedacht, okay, volle zehn Monate Saison hier zu sein, doch hätte ich schon Bock. Ja, würde mir gefallen. Dann bin ich nach Hause geflogen, habe mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, du pass auf, Mallorca ist schon hart, es sind viele Leute, die kommen aus Deutschland, die gehen viel feiern, aber komm mal mit, ich zeige dir auch mal Mallorca so, nebenbei, also hat die gesagt, ja, aber das ist auch nicht dein Ernst und so. Ich so, doch, doch, komm, wir fliegen da hin. Dann haben wir hingeflogen, ein paar Tage da verbracht, dann hat die gesagt, okay, ist eigentlich ganz schön hier. und dann habe ich gesagt, machen wir. Du warst dann, Entschuldigung, sag nochmal. Ich war dann zwei Jahre da. Wie waren die zwei Jahre und auch Thema Veränderung, du hast dann, das war deine erste Station auch im Ausland. Exakt. Zum Karriereende, wie war das denn nochmal? Ich hatte erst den Wunsch, bevor ich überhaupt nach Paderborn gegangen bin, in die MLS zu wechseln. Ich habe mich komplett dort gesehen, wirklich. Also ich habe gedacht, das ist genau mein Ding. Du bist nicht in so einer Sportart, die Volkssport Nummer eins ist. Wirst das wahrscheinlich genauso gut, wie die besten 20 Spieler können. Also hätte ich voll Bock drauf. Hattest du ein Angebot oder wäre das so dein Wunsch gewesen? Das war mein Wunsch. Ich wollte unbedingt da hin. Hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn das nicht geht, okay, dann gucken wir mal, ob ich dann, ja und dann kam halt Paderborn, habe ich gesagt, okay, guck mal, Karriere begonnen in der Bundesliga, Zweitliga zwar, aber Bundesliga in Paderborn, dann komm, mach doch das doch da zu Ende. und dann, wie gesagt, da habe ich richtig, das war für mich zu krass. Ich konnte das gar nicht verstehen. Ja, und dann habe ich mir Mallorca gegönnt. Erste Jahr war richtig, richtig schön. Wir haben auch darum den Aufstieg gespielt. Wir haben so eine ganz komische Playoff-Runde. Das sind vier Ligen, die, wo die Erstplatzierten, die vier Erstplatzierten dann gegeneinander die ersten zwei Aufstiegsplätze ausspielt. Und dann geht Platz drei, äh, Platz zwei spielt gegen Platz vier und Platz drei macht das im gleichen Modus wie Platz eins. Und dann gibt es immer eine zweite Runde und eine dritte und das Endspiel sozusagen für insgesamt vier Aufstiegsplätze. Das war, also wir haben es geschafft, bis ins Halbfinale, glaube ich, Halbfinale. Und haben dann in der 120. Minute sind wir ausgeschieden. Gegen Albacete Ballompier, die sind dann aber auch aufgestiegen in die Sekunde A. Waren in der zweiten Liga, also knapp dran vorbeigeschrammt. Ja. Im ersten Jahr, das wäre echt was gewesen. Ja, und dann im zweiten Jahr, war es ein bisschen schwieriger, kam sogar RCD Mallorca zu uns in die, in die Liga und die haben alles weggeschossen. Sind sofort wieder hoch. Da für uns war es sowieso schwierig dann. Kleiner Umbruch, so eine, so eine lange Saison zu haben. Es war halt nicht einfach. Und dann diese Enttäuschung schwebte halt noch so in der Vorbereitung auf die neue Saison mit, weil die Erwartungshaltung war dann brutal hoch und dem Boden bin ich gerecht. Okay, dann war, das war deine letzte Station und dann ging es zurück. Das war meine letzte Station, aber um das so zu sagen, das Meeresrauschen, die Sonnenuntergänge, das schöne warme Klima, hat auch so eine schwere Saison dann am Ende noch positiv beeinflusst. Hättest du dir vorstellen können auch da zu bleiben? Der Verein wollte, dass ich noch ein Jahr dran hänge, ja. Ich hatte dann aber auch mit dem Arzt von dort engen Kontakt. Wir hatten auch sportärztliche Untersuchungen und alles. Und er hat mir gesagt, ja, du kannst noch spielen. Rein von deinem Körper, so, was Luft angeht, die Muskulatur, das passt alles noch. Du kannst noch spielen. Aber deine Gelenke, deine Sprunggelenke, ich weiß nicht, ob du das noch länger mitmachen würdest. Dann habe ich ihn halt gefragt, wieso er denn der Meinung wäre. Ich weiß, ich habe so ein bisschen Schmerzen, aber er meinte, ja gut, wenn ich mir deine Sprunggelenke angucke, die sind weit über 80. Da habe ich gesagt, okay. Und das wird nicht besser. Da habe ich gesagt, schade. Und das war auch, das war auch am Ende so, wo ich dann gesagt habe, wenn ich noch Qualität, also qualitative Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte, auf dem Fußballplatz, dann sollte ich, glaube ich, aufhören. Was hast du dann gemacht? Und das habe ich dann gemacht. Und ich war, da gab es immer wieder auch Momente, wo ich gesagt habe, warum hast du aufgehört? Aber es geht dann auch ganz schnell wieder vorbei, wenn ich dann im Training meine Fußballschuhe an habe und zweimal hoch und runter laufe. Dann weiß ich, warum ich aufgehört habe. Weil das ist schon, das ist schon hart. Mit Anfang 40 sich zu fühlen, wo andere noch locker einen Marathon laufen könnten. Ja, aber mir tut auch mittlerweile alles weh. Ich fühle mich auch teilweise wie ein 60-Jähriger. Ja gut, ein bisschen älter bist du ja auch als ich. Du bist zwei Jahre älter, oder? Ja. Oder? Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ohne jetzt, wenn ich jetzt gleichaltrige sportliche Menschen, die nicht Hochleistungssport betrieben haben, wenn ich die sehe, die sind fit, die sind morgens auf und fühlen sich gut. Entschuldige? Das Gefühl habe ich auch häufig, dass die, die in meinem Alter sind, aber quasi nicht den Sport betrieben haben, dass die heutzutage fitter sind als unser eins. Ja. Die stehen morgens auf und fühlen sich einfach gut. Ja. Ich stehe morgens auf, Tobi, ohne Quatsch, meine Gelenke tun einfach nur scheiße weh. Wofür habe ich das gemacht? Ja, also Ruhm. Ja, den hast du jetzt gekriegt und hast deinen Höhepunkt hier in meinem Podcast. Ruhm und Ehre. Ja. So, bevor wir uns hier komplett verlieren, ähm, ich gehe mal ein paar Sachen noch durch. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja, stell mir die Frage. Zu unserer gemeinsamen Zeit in Köln. Gott. Ja? Wir haben ja, ich meine, du hast gespielt und ich habe ja auf der Bank gesessen, ne? Weißt du das noch? Dann erinnerst du dich auf jeden Fall falsch an unsere gemeinsame Zeit. Ich kann dir ziemlich genau sagen, wie häufig ich gespielt habe. Ich habe die ersten, ich kam damals aus Bochum, die ersten drei oder vier Spiele von Anfang an und danach erst wieder in der Rückrunde gegen Chemnitz. Ich habe nicht so häufig gespielt. Ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, wie häufig du gespielt hast. Aber ich weiß auch, dass du, schöne Grüße an Christoph John, auch einen schweren Stand hattest. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du seltener gespielt hast als ich. Ich hatte letztens noch ein Telefonat mit Christoph John und er hat gesagt, er schätzt mich sehr. Und ich habe dann auch ganz normal mit ihm über Fußball gesprochen. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht, dass ich nicht mehr dieser, also es war ja, es war ja schwierig. Mein Bruder hat ja genau in der gleichen Mannschaft gespielt wie ich. Ja. Und ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, wärst du auch nur annähernd so wie dein Bruder. Aber geht doch gar nicht. ja, vielleicht kleiner Disclaimer, Dominik ist charakterlich und vom Gemüt her um einiges ruhiger, besonderer, vor allen Dingen damals als Marcel. Ich war, du erzählst, ich war ja gar nicht müde. Das stimmt. Ich hatte ein Laktat von 4,6. Ja. Ob das jetzt darauf zurückzuführen ist, ob das im Zusammenhang steht, das müssen wir nochmal prüfen. Aber ja, auch spannend. Nein, das nicht, aber ich meine so, da merkst du das vielleicht ein bisschen nicht. Ich brauche, ich habe ein bisschen vielleicht, also natürlich, man brudert auch Energie, das ist eine Maschine. also, ne, aber der hat, der war halt besonderer, bodenständiger, vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen schlagfertiger in manchen Situationen, wenn ich mich noch dran erinnern kann, kam mal, glaube ich, diese Aussprache der 40-Euro-Strafe und mein Bruder hat nur geantwortet, 40 Fieber hast du. Würdest du sagen, bist du Dom heute ähnlicher? Also Dom rute extrem in sich, ne, ist sehr besonnen, auch heute noch. Ja, also ich glaube, er hat immer noch einen anderen Blick auf die Dinge als ich. Also, wo ich nervös werde, das guckt er mich an und sagt er so, ich glaube nicht, also, atme mal durch, wird sich schon alles zum Guten wenden und absolut. Dom strahlt eine extreme Ruhe. Was bringt, achso, genau, das wollen wir noch fragen, was bringt dich denn richtig aus der Fassung? Weil du bist ein bisschen zappeliger als Dom, das weiß ich halt auch, aber was bringt dich richtig aus der Fassung, wo du auch, wo Leute spürbar sehen, okay, der tickt aus? ich glaube, das hat viel mit, mit der, mit der, mit der, mit der eigenen Denk- oder Ansicht zu tun, dass, ich finde es so, in manchen Situationen immer, was mit Respekt zu tun hat und Leute halt dann nicht dementsprechend sich benehmen oder handeln, so, dann bin ich immer so, das bringt mich halt so ein bisschen auf die Palme, aber ich werde da nicht so, ich schreie da nicht rum oder bin dann so ungemüt, sondern ich frage mich nur so, wie geht das? Also wie, wie, wie kann man das machen? So und, das bringt mich halt so aus der Fassung und ich glaube auch, beim Autofahren hatte ich das auch schon mal, einmal, zweimal, das hat mich richtig auf die Palme gebracht und dann habe ich mich selber über mich kaputt gelangt, wie ich mich über jemand anderen so aufregen kann, der, der mich nicht mal hört, ja, so Situationen, die, die logisch erscheinen, aber, wo du auch wahrscheinlich sagen würdest, ja, das macht man einfach so oder macht man einfach so nicht, da bin ich so innerlich dann oft, ich sage so, das gibt es doch jetzt nicht. Zum Abschluss, gibt es irgendwas, was du unbedingt noch erwähnen willst? Also, ich muss sagen, es ist ja so dieses Spiel des Lebens, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das Leben gedribbelt, ich habe sehr, sehr, sehr schöne Zeiten erleben dürfen, ich habe, war privilegiert auch, sehr privilegiert, ich konnte Dinge ausüben und, und die, die vielleicht, wovon andere nur träumen, so, und jetzt stehe ich halt, oder stand, stand und stehe ein bisschen so vor einer Aufgabe, da, wo, wo andere vor 15 Jahren halt standen und, ich sage zu mir oft, egal, wie stark der Wind, die ins Gesicht pustet, ob Hagel oder Regen dabei ist, halt das Gesicht rein, weil irgendwann kommt die Sonne, so, und wie schwer die Zeit auch sein wird, sei standhaft und bitte rede darüber, such dir jemanden, mit dem du reden kannst, weil, ich merke das auch oft bei mir, so, ich komme manchmal nach Hause, habe irgendwas in mir drin und ich rede halt einfach nicht so und, weil ich Dinge mit mir selber ausmachen muss und, boah, Papa, habe ich gerade gehört, ich bin schuld, dass die Tür nicht aufgegangen ist, das will ich halt sagen, so, das Leben wird immer was bereit halten für einen, worauf man nicht vorbereitet ist, aber es lohnt sich. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, hat mir echt Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Ja, mir hat es brutal Spaß gemacht und danke, dass ich mich hier mitteilen durfte, ja, auf jeden Fall, vielen Dank. So, das war sie schon, die aktuelle Folge mit Marcel, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich will nochmal auf das Gewinnspiel verweisen, alles dazu findest du in den Shownotes und wie immer gilt, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere den Kanal, drücke die Glocke, damit du immer informiert wirst, wenn die neue Folge raus ist, folge mir auf Instagram, folge Marcel auf Instagram und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.